Servus und guten Morgen. Ja, guten Morgen ist gut. Fast Mitte in der Nacht, mir sind jetzt 5 Uhr. Sorry erstmal, dass jetzt wirklich schon lange Zeit keine Videos mehr gekommen sind. Aber mir fehlt einfach gerade die Zeit, Videos zu machen. Ehrlich gesagt, komplett. Aber heute ist mal was Interessantes. Ich mache seit langem jetzt mal wieder eine Fahrtverklebung heute. Und zwar für einen Kunden von Jonas, das Aqua. Und ich habe mir gedacht, spontan, ich nehme euch einfach mal mit auf die Tour. Das Kleben von dem Aquarium, das ist ein 2,50 Meter x 75 x 60. Das seht ihr dann auf dem Kanal von Jonas. Den Link vom Video, den tue ich euch dann unten in die Videobeschreibung rein. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los, kuppeln wir den Anhänger an. Der steht schon beladen bereit. Ist jetzt der kleine Anhänger. Und ja, wie gesagt, schön ankuppeln. Dann geht's los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, angekuppelt ist, das kleine Gespann, jetzt aufsitzen, Adresse ins Sniper eingeben, und 450 Kilometer fahren. Um 10 Uhr muss ich da sein. Ich hoffe, es ist kein Stau. Dafür maximal 100 fahren mit dem Hänger. Jo, jetzt geht's los. Ich melde mich ab und zu mal. Und noch was. Versprochen, jetzt kommen mehr Videos in Zukunft. Kommen richtig geile Projekte. Und da schaue ich, dass ich schöne Videos mache. So, die ersten zwei Stunden Partie sind jetzt mal geschafft. Jetzt kurz 5 Minuten Pause. Und dann geht's gleich wieder weiter. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. servus so laut navi noch 100 km also knapp eine stunde kleine planänderung beim endkunden hat sich die zeit leider ein bisschen nach hinten verschoben ich war jetzt quasi nicht direkt zum kunde und rief mich dann da mit jonas sondern ich fahre jetzt erst zum jonas dann machen wir bei eben im lager noch was fertig bereiten noch was vor und dann mal schauen wenn es von der zeit her noch reicht wahrscheinlich noch kurz und aber damals besuchen von atoll rief abwärtsstück e-prief mal anschauen mal gucken vielleicht sehe ich sogar wie es gemacht wird aber ich glaube ja nicht jeder lässt sich gerne über die schulter schauen ich genauso das da ist noch ein meter 40 x 70 becken aufhören gründe vom jonas das laden wir dann bei ihm noch ab das tut er glaubt nächstes paar tage mal installieren keine ahnung so wie gesagt noch 100 kilometer und dann bin ich beim jonas mal schauen ob ich ihn vor die kamera bekomme aber ich gehe mal sperrbar aus also bis später so am ziel angekommen bei jonas mal schauen wo er ist guten tag na wie geht's sie können wir nicht filmen bis später so jetzt ohne video der sagt warum ist es fertig noch sagt der große chef zufrieden sehr gut wunderbar weitermachen da ist es und wie hat man gesagt das video zum aquarium findet ihr dann beim jonas auf dem kanal ganz genau der link tue ich euch dann unten in die video beschreibung verlinkt jetzt geht's nach hause so ab nach hause kleines resume von gestern hat alles perfekt geklappt jonas war zufrieden und vor allem auch der kunde war zufrieden es war einfach viel zu spät gestern abend noch und ich habe mir jetzt noch der zimmer genommen und fahr jetzt gemütlich nach hause jetzt ist mittagszeit ist jetzt jetzt war ich erst mal in die firma tut den hänger abhängen ausladen tue ich morgen und dann jetzt erstmal dann nach hause genau zum norbert hat es mir leider nicht mehr gereicht er hatte auch keine zeit er war voll im stress und ist nicht so wild ich bin jetzt in der nächste zeit öfters oben in solingen daher gar kein problem ich hoffe euch hat dieses video gefallen ich dachte ich nehme euch einfach mal mit ein bisschen und wenn es euch gefallen hat lasst ein like da wenn es euch nicht gefallen habt lasst auch ein like da und ich verspreche jetzt öfters mal videos zu machen egal in welche art ob eine art road trip oder von anlagen von fortverklebung kommt demnächst auch noch eine ist auch eine relativ große anlage wie gesagt ich hoffe ich hoffe es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten mal macht's gut ciao bis zum nächsten mal